Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Jetzt wenden sich auch Frauen hinter den Kulissen gegen Dieter Bohlen, 69. Der einstige modern-Talking-Sänger hatte bei der diesjährigen Jubiläumsstaffel der Castingshow DSDS für einen echten Skandal gesorgt. Er hatte die Kandidatin Jill Lang, 22, beleidigt. Diese berichtete ihren Fans im Netz davon und sorgte damit für viel Wirbel. Auch Jurykollegin Katja Krasawis, 26, stellte sich daraufhin gegen Dieter. Nun meldeten sich auch bei der Sendung mitwirkende Frauen zu Wort. Die weiblichen Mitarbeiterinnen des Senders haben wohl mittlerweile genug von dem 69-Jährigen. Gegenüber Bild meinte eine von ihnen, am schlimmsten ist, dass Bohlen gar nicht versteht, dass seine Art nicht mehr geht. Er hat gar kein Gefühl für das. Schöne, Leidige und Schöne mit den eigenen Schönen und Familie zu haben. Vielen Dank für die Videobeschön. Vielen Dank.